hallöchen ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu better minecraft mit robin hallo schön ihr seht mich zwar nicht aber ich bin da ja ja will ich noch irgendwas bauen und ja ich werde auf jeden fall auch was bauen ich werde mal versuchen dass ich hier vielleicht irgendwo ein brunnen hinkriege ja so ein bisschen verschönert hier in unserem garten oder so dazu brauche ich erst mal wassereimer brauche ich ja wassereimer 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 haben wir irgendwelche drin oder so ach ja hier sieben stück ok ich habe ich habe ein paar gemacht wo ich hat gebaut habe letztes mal da braucht sich ein paar wasser einmal deswegen okay das heißt ich teleportiere mich mal ans wasser ja das geht immer schön schnell geht kurz hin wasser aufhören wieder zurück ja das ist wunderbar einmal zweimal sehr schön und wieder zurück nach hause da bin ich wieder haha so ist noch mal gucken wo wir den brunnen hier hin bauen wo wir noch ein bisschen platz haben eigentlich ist alles hier auf dem berg ein bisschen enger das ist natürlich alles hier ein bisschen ein bisschen was die es sind abgehauen das ist nicht gut die blöden viecher die werden gleich geschlachtet zuerst mal vermehrt noch wenn man welche schlachtet muss man natürlich auch ein bisschen vermehren also ich meine natürlich bringen sie an einen schöneren ordner schlachten tun wir hier niemanden genau für alle vegetarier oder veganer war eigentlich könnte ich den brunnen hier um drum bauen müssen wir tun ja warum muss man auch weg dazu so okay ich denke ich denke ich denke ich denke ich denke ich werde ich hier den okay wir könnten ja unten wo die monster fahren eigentlich sollte irgendwie eine art so dass was machen lässt da kann ich vielleicht die kicker irgendwie sowas in der art und mir dann noch überlegen schon erst mal gucken ob genug dafür haben aber sollte ausbrechen unendliche wasserquelle das sollte eigentlich klappen okay nicht irgendwie im brunnen darum darum bauen ich habe noch ein bisschen was an eichenholz sehr nice aber ich brauche dazu eigentlich treppen und zäune also stufen meine ich natürlich machen wir mal stufen zack dann brauche ich noch was brauche ich denn noch dafür vielleicht eine eisenkette haben wir irgendwo schon hier haben wir eine kette sehr schön dann bräuchte ich noch ein paar zäune zäune waren ja wie waren zäune ich habe keine ahnung zäune alles klar das reicht vielleicht sogar schon ich bin jetzt hier verloren naja karotten unbedingt mal wieder nachts noch so ist das hier palmen sitzling so dass das das die kette ok wo wollte ich meinen brunnen machen ja warum geht denn das nicht das ist natürlich doof warum kann ich da nicht so eine links anbauen ach wegen dem ach wegen dem so so ähm ne eigentlich so ne ach jetzt habe ich Zaun Tore gemacht ich bin so doof ey äh ne ich will doch einen normalen Zaun machen das wird dann bestimmt genau andersrum so so eichenholz Zaun ja ach Mist so dann so und so so und so dann brauche ich ein Block in der Mitte ich habe eine Idee ich habe eine Idee dann einmal die Kette hier ran ich brauche noch eine Kette Mist wir könnten hier wirklich so eine große Lagerhalle machen oder eine Lagerhalle also ein großes Lager weil hier haben wir dann vier Platz da können wir ganz viel drüber hinstellen das vielleicht später auch ein bisschen automatisieren mit der Farme dann ja da hätte der Sinn äh was der Sinn der Raum äh äh einen wichtigen Sinn und Zweck ja mach mal ich lass mich überraschen ok so alles klar ok jetzt muss ich erstmal schauen auf jeden Fall erstmal das weg aber die ganzen Setzlinge brauche ich wo nicht mehr hier ist alles Holz dann kann das Holz da rein den Zaun brauche ich noch hier hatte ich die Fackeln was ist das denn hier eigentlich Bombersleeve äh das ist ja kein Essen ne kommt hier oben rein da rein da rein da rein Karotten und das hier rein oder haben wir nochmal 22 Karotten wo sind die ganzen Kaltkarotten denn ach da hmm ok ja ich brauche ein paar Spender ja der da hin jetzt brauche ich noch ein paar ruchstein stufen nehme ich mal mit hmm kann ich die zu anderen Stufen machen ne die kann ich nicht zu anderen Stufen machen ok ah das ist ah ne das ist das gefällt mir nicht die äh lass mich durch hier oh hast du Ruhe hmm ähm bum 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 ich will mal gucken was denn du ja ich habe sortiert seit 7 days sortiere ich gar nicht ach so das würde ich jetzt machen ich wollte noch eine Kette machen da brauche ich glaube ich Nuggets dazu Richter brauchen wir Eisen und Rohren Eisenhaken oder brauche ich, ne der brauche ich glaube ich auch so wo ist jetzt meine Kette Big Chain, das ist eine große Kette ich brauche die normale Kette so ja, ist recht wenn die Eimer hier oben rein gepackt ich brauche es nicht zumindest heute nicht äh ok was ich machen wollte jetzt Aua weiß ich nicht mehr keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen oh Gott, das war nicht gut das war nicht so gut das war nicht so gut, was ich jetzt gerade hier gemacht habe hast du gedacht hat das zerstört? Nö noch nicht noch nicht neu noch nicht gut so ist es hier noch wasser drin ja ist noch wasser drin sehr gut so ok brunnen sieht doch schon mal ganz gut aus nein warum krieg ich die jetzt nicht da unten drunter gibt es da nicht da würde ich es auch nicht hin machen wir mal gucken ja so warum komme ich jetzt nicht an diese verdammte kette daran das weiß ich leider auch nicht ich brauche halt noch jetzt habe ich alles was ich bin also okay brauche ich noch eine kette wenn ich auch klettern da ist noch eine kette so sehr gut das kommt zurück vielleicht könnte man auch von hier unten den weg hier hin machen ok und dazu muss aber der baum auch noch weg jetzt habe ich es ok sehr gut jetzt kann man hier immer noch wasser rausnehmen dann werkt langsam nicht mal ein geht hier hoch nämlich der weg dann kann er nämlich hier unten weiter gehen dann brauche ich meine erde hier hin dann müssen wir natürlich auch noch ein bisschen erde hin so hm was ich verlege gerade ja wollen wir jetzt unsere lager hier unten hin machen oder äh keine ahnung willst du das dann alles da runter schaffen oder was ja bitte schon ja dann musst du aber immer weit rennen eh du was brauchst wir haben unser lager wir haben ja unser lager eigentlich äh hier in unserem haus drin was ja eigentlich unser kerl ist stimmt unser haus ist ja unser haus ist ja eigentlich oben stimmt das habe ich gar nicht mehr beachtet ähm ok ja die frage ist was machen wir dann diesen raum rollen hm 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 fifth yeah ja kannst du gerne machen hm ich schaue mal jetzt haben wir das zum anpflanzen ich habe mein brunnen soweit eigentlich fertig hier ist natürlich ein bisschen aus das geht natürlich nicht das war klar ist ja nur so ein kleiner brunnen ist jetzt nichts besonderes aber zumindest ist auch funktional und man kann da wasser rausholen wollte ich ja eigentlich den weg auch noch ein bisschen bauen da würde ich gerne auch stufen haben müssen zu grau wächst ja auch wenn es einfach nur licht hat nur ich glaube ja denke ich mal dass das auch so wächst ich glaube ja so der weg dahin ist erst auf jeden fall erst mal fertig ein paar laternen noch hier hinpacken dann kann ich ja keine laternen mehr hinpacken ok so dann kann ich nämlich eine automatisierte dings farm bauen dings form habe es doch etwas hat immer sie die zuckerrohrform und sowas ok geht natürlich jetzt dann das hier ist dann dann packe ich da so ein Ding hin, da so ein Ding, so, dann geht es nämlich hier noch unten, hm, das wird er dann zu hoch, okay, das ist jetzt natürlich die Frage, so, hier kommt man schon mal gut hoch, so ein kleiner Weg, ein bisschen, so, okay, okay, Kolben, worum hast du in die Kolben reingetragen? Äh, in irgendeine Küste. Okay, ah, hier. So, ich mach mal ein bisschen eher da rein, ja, das war verkehrt, also mein Brunnen ist da unten, uah, Mann. Ja, ich guck gleich. Ja, guck mich doch gleich mal, jetzt hab ich Zucker wegeräumt, Mann. Zucker und Bambus haben, Bambus. Dann wollte ich doch Erde hinpacken und so ein Ding da, okay. Kann sein, dass wir gar keinen Bambus haben. Bambus? Bambus haben wir glücklich nicht, nö. Brauchst du jetzt Bambus oder was? Ähm, ja, Bambus, also ich würde dann auch eine automatisierte Bambusform vielleicht bauen. Okay. Aber ich guck erst mal, erst mal später noch. So, und. So, ich brauche hier auf jeden Fall noch, noch mehr Zäune. Ich bin sicher, wie man die Zäune macht. Die waren, glaub ich, glaub ich, komplett andersrum, ne? So. Zaun. Eichenhalszaun, Tor, genau. Eichenhalszaun, so. Okay. Hallo, lass nicht mehr raus, ja. Ich, ich, ich. Dann kommt man nämlich hier lang, dann kommt man hier lang. Äh, dann kommt hier auf jeden Fall so ein Pfeiler dran. Äh. Wer das ein bisschen stützt, dann sieht das nämlich ein bisschen, äh, ne, Mist. So, genau, passt das. Sehr schön. Dann haben wir nicht so eine Überhänge, nämlich nicht hier. Jawohl. So, dann geben wir nicht hier einen Weg hoch. Dann geht's hier so der Weg hoch. Da kommt er. So, so, so. Aber hier geht's natürlich nicht. Jawohl, würde man ja nicht das so und so machen. Ja. Dann kommt man hier auch ordentlich runter jetzt, so. Gut. Hier fällt man natürlich noch ein bisschen weit. Hm, 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 hm. So. Ähm. Da brauche ich dann die Steinstufen. Dann kommt man hier eigentlich auch ganz gut hoch. Dann müsste eigentlich das noch mal weg, hier. So. Ja. Kommt man hier ordentlich hoch. Hier kommt man auch ordentlich hoch. Hier kommt man ordentlich runter. Hast du dir mein Dings eigentlich schon angeschaut, mein Brunnen? Nee. Nö. Hab ich nicht, mach ich gleich. Oh, jetzt hab ich hier noch ein bisschen was von mir. Ja. So, wo geht das? So. Wahrscheinlich nicht. Muss ich gleich dann nochmal zurück. Wo geht's mir an? So. Ah. Nice. Funktioniert. Okay. Oh, warum falle ich denn jetzt hier runter, ey? Gibt's nicht. Ja, jetzt hab ich keinen Cobblestone mehr. Dann siehst du jetzt, muss ich hier zurück. Okay. Warum kann ich die jetzt nicht da drauf packen? Ach, Mann. Ist das jetzt die falsche Dings hier oder was? Okay. Ne, das verstehe ich jetzt nicht, aber okay. Man muss nicht alles verstehen, ne? Ne. Ne. Nicht so wirklich. Was soll ich mal da? Zack. So. Cobblestone brauche ich. Oh, wir haben keine Cobblestone mehr. Okay. Hier. Okay, nur gucken wir sich den hier noch ein bisschen. Reiterbauer. Ah, dann wollen wir dich schon anschauen. Hast du mal gesagt, ja. Wo hast du denn hingebaut? Ah, sehen. Oh, cool. Ja, nice. Man kann es auch Wasser rausnehmen. Ist ja eine unendliche Wasserquelle drunter. Ah, wie smart. Geil. So, jetzt werde ich noch ein bisschen. Ja. So, jetzt werde ich mal noch ein bisschen Eichenholz machen. Und dann brauche ich noch ein paar Stufen, denke ich mal. So, habe ich den Eichenholz. Hier habe ich Eichenholz. Das nehme ich noch mit. Das kommt weg. Setzlinge packe ich mal hier hin. Die Karotten kann ich essen. Werkbank habe ich. Dit dit dit. Gerüstblöcke. So. Okay, so müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Stufen machen. Okay. Und am besten gleich noch ein paar Zäune. Ein paar Zäune saust du. Mh, aber nicht Eichenholz. Das ja. So. Okay. Passt. Wackelt und hat Luft. Ein paar Sticks noch machen. Ja. Okay. Dann ist nämlich auch die Folge schon wieder vorbei. Ich würde sagen, ich baue in der nächsten Folge einfach weiter. Und sagt mal so, wenn es euch gefallen hat, schaltet wieder ein. Und dann geht es, ja. bald weiter und dann bauen wir noch ein bisschen. Ich werde den Weg hier in der nächsten Folge bauen. Hier nach unten bis zum Portal. Und dann schauen wir uns auch mal an, was Robin vielleicht gebaut hat oder so. Was der gemacht hat. Ne? Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020